Der Start des Freis, Superstart von Jüri Wiggs und eine Schlafmütze war der Trimtschnetzte. Friedrich Westy kommt ganz schlecht weg, verballert diesen Start komplett und fällt sogar auf Rang 30 über. Dann ist es bereits an ihm vorbei, Jüri Wiggs mit einem Raketenstart, der Hightech-Raufbringung auf Platz 1. Er hat sich absolut perfekt realisiert, perfekt hingekriegt in der Hightech-Raufbringung mit der Start Nr. 8 in Führung auf dem Red Bullring. Attacke sofort von Westy, der natürlich seinen Fehler, Hupar Will gegen Iwasa zieht vorbei. Yes, fantastic start from Jüri Wiggs, straight into the lead. Westy, according to Dr. Zipta, was sort of slapping, that is to say, was asleep and the consequence of the things by Iwasa, but now it's gone back ahead of Iwasa, so it's Wiggs from Westy, sorry, Wiggs from Iwasa, then Westy. And then doing it in 4th place, contesting that with Logan Sargent, side by side with Logan Sargent, and then come up to compete, lap 1 of 14. Ende der ersten Runde, der führende Jüri Wiggs bei Schnapp und Sieg vorbei. Und dann geht Westy, der hinter Iwasa, Sargent, Duhem, Rocher, Drungevich, der Meisterschaftsführende auf Rang 7, Cordell, Perfaut, das sind mit Williams, momentan in Top 8, mit die Bayern, das ist so. Andrea, und war das Westy, einer hat sich gedreht und steht draussen, Ausgangsschreifen. Und die Oberfläche fest. Und ich kann, wie vieleu, thirsty, und ich kann, wie vieleu, die mir ges Turks einem Mai vermutlich sogar schon aus. Die Oberfläche festgelegt, wir Lefty, einer sollte hier im Herbst, sondern in そ Monica Estado Sachen offenbar pri injected. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020